Die Leidenschaft von Oliver Schaffer begann mit einem Playmobil-Raubtierwagen. Da war er gerade drei Jahre alt. Heute, gut 30 Jahre später, besitzt er mehr als 10.000 Playmobil-Figuren und Tiere und damit auch die weltweit größte Sammlung von Zirkus-Ensembles. Und für einen Teil seines Schatzes hat der Hamburger jetzt extra ein Zimmer eingerichtet. Nele Andresen und Matthias Woital haben Mr. Playmobil besucht. In seiner Jugend hatte Oliver Schaffer schon mal mit seinem Hobby Playmobil abgeschlossen. Er wollte sich auf andere Dinge konzentrieren. Doch dann erhielt er einen Anruf vom Hersteller, der Interesse an seiner großen Zirkus-Sammlung zeigte. Denn als Kind hatte er ihnen ein Foto von seinem Zirkus-Ensemble geschickt. Also packte er 2002 seine Kartons voll mit Playmobil auf dem Dachboden seiner Eltern wieder aus. Seitdem ist die Liebe größer denn je. Ein Playmobil bietet einfach eine gute Mischung aus Fantasie und Realität, behaupte ich mal. Erstmal lachen sie immer, das ist ja immer das lächelnde Gesicht, das finde ich sehr sympathisch. Und ja, ich konnte damit einfach meine Zirkusprogramme, die ich zu Hause entwickeln wollte, konnte ich super nachspielen. Oliver Schaffer hat seine Liebe zum Beruf gemacht. Seit drei Jahren veranstaltet er eigene Playmobil-Ausstellungen in verschiedenen Museen. Ein Ausstellungsort war der Louvre in Paris. Die Planung bedarf dabei einiger Sorgfalt. Sobald er die Pläne der Ausstellungsräume erhält, kann er mit dem Zusammenstellen der Playmobil-Teile beginnen und so die Landschaften erschaffen. Deswegen würde ich mich eigentlich auch gar nicht so sehr als Sammler bezeichnen, sondern mehr so als Ausstellungsmacher und Künstler, weil ich eigentlich vor allen Dingen Spaß daran habe, so eine ganze Ausstellung zu entwickeln. Das heißt, ich bespreche mit Kuratoren oder Museumsdirektoren tatsächlich, wie kann man den Platz am besten nutzen, wie soll eine Vitrine aussehen. Früher bestand Playmobil aus einfachen Figuren. Die ersten drei Exemplare waren ein Bauarbeiter, ein Indianer und ein Ritter. Doch in den vergangenen 40 Jahren hat sich einiges getan. Heute gibt es aufwändige Figuren von Martin Luther über Marco Polo bis hin zu Justin Bieber oder Conchita Wurst. Und gerade mit dieser Vielfalt fasziniert er nicht nur Kinder, sondern ganze Familien. Ich versuche nämlich in meinen Schaukästen, in meinen Landschaften sozusagen, immer Figuren aus den kompletten letzten 40 Jahren zu integrieren. So dass, wenn man zum Beispiel vor dem Ritterdiorama steht, da erkennt der Vater das Set, was er 1978 zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, als auch der Sohnemann dann, der jetzt gerade erst zu Weihnachten quasi die letzte Ritterburg ausgepackt hat. Schon über zwei Millionen Menschen haben seine Ausstellungen der Playmobil-Welten gesehen. Auch in Hamburg ist für 2017 eine Ausstellung geplant. Wo diese sein wird, wollte der 36-Jährige allerdings noch nicht verraten.